Männlichkeit leben, der Podcast für Männer von Björn Thorsten Leinbach. Willkommen zum Podcast Männlichkeit leben. Hier erfährst du, wie du ein aufregendes und spannendes Leben als Mann führen kannst. Heute stelle ich wieder einen weiteren Schritt zur Stärkung deines Mannseins vor. Es geht um das Thema Genieße deine Männlichkeit. Zehn Tipps. Zehn Tipps, wie du deine Männlichkeit genießt, gibt es heute einen herrlichen Sommertag und auch du wirst diesen Podcast vielleicht zeitnah jetzt Ende Juli, Anfang August vielleicht hören. Das heißt mitten in der Sommerzeit. Sommerzeit heißt draußen sein, heißt Outdoor-Aktivitäten, heißt die Frauen und Mädels haben wenig an, man nicht, man hat vielleicht Urlaub und eigentlich perfekte Bedingungen, um zu genießen, das Leben wirklich in vollen Zügen zu genießen. Meine Erfahrung ist leider als Psychologe, als Männer-Coach, dass sehr viele Männer eigentlich alles haben, um das Leben zu genießen, aber es nicht tun. Sie sind gesund, vielleicht als erstes von irgendwelchen Wehwehchen, die es immer gibt, abgesehen, aber grundlegend eben gesund, haben keine Schmerzen, müssen kein Leben mit Behinderung führen. Sie haben genug Geld, um sich eine Menge Luxus und eine Menge angenehme Dinge zu leisten. Sie sind keine Arbeitssklaven mit 80 Stunden die Woche, sondern haben einen normalen 40 Stunden Job in der Größenordnung, vielleicht 30 oder 50 Stunden, also bleibt genug Zeit. Sie haben Intelligenz, sie haben bestimmte Fähigkeiten entwickelt und eigentlich alles, um ein Leben in Fülle und Saus und Braus zu genießen. Aber was tun die meisten Männer? Sie leben weit unter ihren Fähigkeiten. Sie machen sich, wenn sie aufstehen morgens, schon Sorgen darüber, wie der Tag wohl laufen wird und ob sie ihr Arbeitspensum geschafft kriegen, ob die Konflikte alle gut verlaufen oder wie man sie vermeiden kann und machen sich danach den Kopf, was gestern schief gelaufen ist und was hätte, hätte, Fahrradkette letzte Woche hätte anders laufen können, wenn sie das anders aufgezogen hätten und wie es vielleicht mit der Rente ausgeht mal in 30 Jahren. Die meisten Männer sorgen sich, machen sich selbst, zermatern sich selbst mit, ich sag mal, kleinkarierten negativen Gedanken, von denen 90 Prozent komplett überflüssig sind. Und sie können oft nicht wirklich genießen. Ich weiß noch, ich war beim Endspiel, als Deutschland Fußballweltmeister wurde, in Düsseldorfer Altstadt und wir haben natürlich gewonnen, das weiß jeder, bei der vorletzten WM. Naja, und dann dachte ich, jetzt ist aber hier Party und nichts da. Auf den Straßen durfte man keinen Lärm lachen, es waren eigentlich nur Randalierer da, die Flaschen kaputt geschlagen haben und völlig besoffen rumgegrölt haben. Zumindest ist das nicht meine Definition von Fröhlichkeit, von Feiern, von Freude. Und in kleinen Grüppchen liefen die Leute rum. Da war keine ausgelassene Stimmung, da war kein Genießen und Feiern. Dann habe ich nachts noch einen guten Freund von mir in Sao Paulo angerufen und da war Party beim Skype. Der war auf der Avenida Paulista, das ist wie die Kö praktisch. In Düsseldorf ist die Avenida Paulista sozusagen die zentrale Straße aus Gemeile in Sao Paulo. Und da war Party, aber da war richtig Party. Da spielten Bands, da waren Leute Musik gemacht, da haben die auf den Straßen getanzt. Der Verkehr war komplett stillgelegt. Die Polizei guckte sich das irgendwie an und hat so ein bisschen mitgemacht. Da waren die Cocktail-Faktäufer auf den Straßen. Da war richtig Party. Aber sie haben ja gar nicht gewonnen, sonst wäre es noch ganz anders abgegangen. Die waren einfach so glücklich, dass ihr Erzfeind Argentinien geschlagen wurde und haben sich für Deutschland gefreut. Und da kann man was lernen in Brasilien. Deshalb bin ich gerne da. Was Feiern, was Leben genießen angeht, da können wir sehr viel lernen von Brasilianern. Denn viele, viele Deutsche, und vor allem ist mein Eindruck bei den Männern, tun sich sehr schwer. So sorgenbelastet, so ängstlich, so in sich gefangen, dass selbst wenn so freudige Erlebnisse sind wie dieses, und wenn du kein Fußballfan bist wie ich eigentlich auch nicht, dann nimm dir andere Beispiele aus dem persönlichen Leben, wo du große Erfolge hattest, wo man Geburtstag oder Hochzeit feiert. Da ist Feiern leider häufig nur besaufen und alle Hemmungen ausschalten. Aber das kann es nicht sein. Das ist nicht wirklich ein lustiges, ein fröhliches Feiern, was nachhaltig ein Gefühl von Glücklichsein hinterlässt. Ich möchte dir in folgenden 10 einfache Tipps geben, einen Leitfaden geben, wie du dein Leben als Mann mehr genießen kannst. Natürlich sei hier auf mein Buch hingewiesen, das heißt genau so mit diesem Titel Männlichkeit genießen. Da kannst du noch sehr viel mehr im Detail darüber lesen. Und unten am Ende wird ein Link sein dazu. Legen wir los. Tipp Nummer eins ist, hör auf dich zu schämen für dein Mannsein. Ja, du hast richtig gehört. Die meisten Männer schämen sich für ihr Mannsein. Sie verstecken ihr Mannsein. Alles, was mit Männlichkeit zu tun hat, ist ja schon fast belastet. Also wenn man Frau ist, wenn man divers ist, transsexuell ist, ist das ja alles hip und alles wie in. Aber Männlichkeit ist ein aussterbendes Produkt. Das lernen die Jungs schon in der Schule. Jungs sind irgendwie doof und die Mädels werden gefördert. Jungs sind, wenn sie sich wie Jungs verhalten, nämlich laut schreien, raufen, kämpfen, Grenzerfahrung machen, körperlich sind, nicht gewollt. Sie werden ausgegrenzt. Das lernen die Jungs mittlerweile schon im Kindergarten von den ganzen Erzieherinnen. Männliches Verhalten ist unerwünscht. Laut sein, laute Freude, körperlich sein, aggressiv sein, also zum Beispiel zu kämpfen miteinander, Kräfte zu ringen miteinander oder auch männlich als Mann sexuell zu sein, ist genauso unerwünscht. Also, du bist ganz schnell sexuell übergriffig. Als Mann wirst du betitelt, wenn du dich irgendwie sexuell zeigst. Deutsche Männer sind kopfgesteuert und schämen sich für ihr Mannsein. Also wenn ein deutscher Mann nachdenkt, dann kratzt er sich am Kopf. Weißt du, was brasilianische Männer machen, wenn sie nachdenken? Cosa e saco heißt das. Das heißt ja am Sack kratzen. Das ist der Unterschied. Brasilianer denken mit dem Sack und Deutsche mit dem Kopf. Das ist nicht in allen Situationen hilfreich, gebe ich zu. Deshalb sind wir Deutschen auch, was so bestimmte Autos, Industrieprodukte, Chemieprodukte und so weiter angeht, Weltführer, noch die Brasilianer nicht, weil dafür müsste man mit dem Kopf denken. Aber in vielen Situationen, die das Zwischenmenschliche, die Freizeit, Lebensgenuss angeht, da empfehle ich mit dem Sack zu denken und nicht mit dem Kopf. Vor allem im Kontakt mit Frauen. Da tun sich die meisten Männer schwer. Denn das ultimative, du bist kopfgesteuert als Mann, ist, das ist die neue Maxime, bloß kopfgesteuert sein. Der Vorwurf, der in den Ende der 60er, 70er begonnen hat, der Feministen, ihr seid alle schwanzgesteuert, haben sich die Männer zu Herzen genommen und versuchen, sich ein Knoten zu machen in ihr bestes Stück. In Brasilien ist das so, ich erzähle mal eine Anekdote, das kannst du gerne googeln, da findest du Momentare oder auch Videos dazu. Sowas ist weit verbreitet. Da war ich in einem edlen Shoppingcenter in Brasilien, ich weiß nicht, ich glaube, in Rio war das oder Sao Paulo, ich weiß es nicht mehr. Also einer der großen Metropolen. Und diese Shoppingcenter sind nicht wie Deutsche, sie sind wirklich edle Schuppen. Hightech, Security, das Parken ist schon wahnsinnig teuer, auch für deutsche Verhältnisse, der zahlt so 10, 20 Euro nur fürs Parken schon. Alles ist super, super edel. An jeder Ecke steht ein schwerbewaffneter, also schwerbewaffnet heißt hohe Schutzwesten und Maschinengewehr, immer zu zweit, die Security. Die Shops sind alle gefühlt doppelt so teuer oder dreifach so teuer wie in Deutschland. Alles ist edel mit Marmor. Gut, da bin ich ja so rein, obwohl ich die Dinge nicht mag, aber ich hatte ein Problem mit meinem iPhone und da kam ich nicht weiter. Bin also in einen Apple Store gegangen, um das zu lösen. Und natürlich alle super chic mit Anzug, Krawatte und edel gekleidet, sehr formell alles auch. Da habe ich gezeigt, ich habe hier folgendes Problem, ich komme bei dem brasilianischen Provider hier nicht weiter. Irgendein Problem gibt es in den Einstellungen. Und dann fummelt der also an meinem iPhone rum, hilft mir und was tut er dabei? Er kratzt sich am Sack, weil es doch ein größeres Problem war, was er nicht sofort auf dem Schirm hatte. Da hätte ich gerne ein Video von gemacht. Klar, ich wollte nicht den Mann, damit hätte ich den Mann berüskiert, ja. Aber das ist normal. Ich dachte, ich beiß mir die Zunge des Blutes gleich. In so einem edlen Shoppingcenter ein Angestellter kratzt sich am Sack. Es ist völlig normal in Brasilien, sich am Sack zu kratzen als Mann. Also, hör auf dich als Mann zu schämen. Wenn du ein Problem mit Frauen hast, wenn du ein emotionales Problem in der Freizeit hast, dann kratzt sie am Sack und nicht am Kopf. Werde schwanzgesteuert. Hör auf dich zu schämen als Mann. Zeig, wenn dir eine Frau gefällt. Zeig, wenn du Spaß an einer Frau hast. Zeig, wenn du scharf bist auf eine Frau. Zeig, was dir Freude macht und sei ein bisschen mehr schwanzgesteuert. Und hör auf dich für deine Männlichkeit zu schämen, ist die erste Botschaft an dich. Wie gesagt, fahr mal nach Brasilien. Guck, wie das brasilianische Männer dort machen. Das ist ein kleines Vorbild. Nummer zwei. Positive Aggression. Ein ultimatives Thema in der deutschen Gesellschaft. Ich würde den allergrößten Teil der deutschen männlichen Bevölkerung als Aggressionsgehemmt einstufen. Zumindest was Mittel- und Oberschicht angeht. Das bedeutet, die lassen sich beschissen behandeln und haben nie gelernt Grenzen zu setzen. Die grinsen noch, wenn man sie beleidigt. Die grinsen noch dämlich, wenn ihre Frau sie komplett respektlos und überheblich arrogant und wirklich teilweise bösartig behandelt. Da grinsen die und sagen, naja, der Klügere gibt nach. Laufen vor jedem Konflikt weg. Das macht dich unglücklich. Du wirst erstens als Opfer, du titulierst dich praktisch als Opfer. Ja, du merkst, du schluckst alles in dich rein. Du kriegst irgendwann sowieso auch ein Magengeschwör davon. Und in den Nächten im Bett ärgerst du dich schwarz über dich selbst, dass du dir das alles gefallen lässt. Dein Selbstwertgefühl wird sukzessive zerstört, zerfressen. Bei jedem Mal, wo du deine Aggression runterschluckst, wo du dich nicht wehrst. Sollst du deshalb einen auf die Fresse hauen? Nein, sollst du nicht. Ich bin klar gegen Gewalt. Faire Kämpfe. Super. Wenn zwei sich verabreden und in einer fairen Weise miteinander kämpfen, so wie man das in Kampfsportschulen, die ein Niveau haben, die eine Ethik haben, lernt. Super. D'accord. Sollten sich auch die Politiker zu Herzen nehmen. Anstatt alle zu tyrannisieren mit ihren Waffen und Kriegen. Liga, direkte Kämpfe. Merkel gegen von der Leyen. Hey, geil, oder? Oder diese komische Kramp-Karrenbauer gegen ihre Vorgängerin von der Leyen. Messerkampf. Geile Geschichte. Würde ich mir eine teure Eintrittskarte kaufen. Oder die Staatschef gegeneinander. Merkel gegen Putin. Ja gut, es ist klar, wie es ausgeht. Trump gegen Putin. Hm, interessant. Ich setze auf Putin. Der ist sportlicher. Ja. Also, die sollten doch faire Kämpfe gegeneinander führen. Positive Aggression heißt, fair zu kämpfen. Heißt, dich Grenzen setzen. Heißt, dir nicht allen Scheiß gefallen zu lassen. Das erhöht definitiv deine Lebensqualität. Wenn jemand einfach dich mies behandelt. Der Hund pinkelt an dein Auto. Dann gibt es eine Latsche für den Besitzer. Dann wird aufgefordert, Wasser zu holen und das sauber zu machen. Und darauf bestanden. Verlier die Angst vor den Konflikten. Die meisten Männer haben eine panische Angst vor Konflikten. Und vor allem, wenn es um eine Frau geht. Was deutsche Männer sich von ihren Partnerinnen oder von Frauen allgemein bieten lassen, geht auf keine Kuhhaut. Ja. Das ist unterirdisch. Viele Männer lassen sich zutiefst blamieren, erniedrigen und verletzen, respektlos behandeln und trauen sich nicht die Klappe aufzumachen. Weil sie das schon von früh auf gelernt haben. Einer Frau darf man nicht wehtun. Du musst dich immer unterordnen. Das haben Mamasöhnchen von Anfang an gelernt. Das ist ein Problem eines Mamasöhnchens. Also lerne positive Aggressionen. Lerne deine Aggressionen zu genießen. Nicht nur im Sport. Sondern auch im normalen Leben. Grenzen setzen. Streit suchen. Dir nichts alles gefallen lassen. Du schläfst deutlich gesünder. Selbst wenn du eine dicke Lippe riskierst. Selbst wenn du einen auf die Fresse kriegst, schläfst du besser. Weil du für eine faire Sache aus berechtigtem Grund gekämpft hast. Dann schläfst du besser, als wenn du einen Schwanz eingezogen hast. Und die ganze Nacht mit eingeklemmtem Schwanz da liegst. Und dich ärgerst darüber und schämst. Also positive Aggressionen. Lies mein erstes Buch Männlichkeit leben. Da findest du einiges mehr dazu. Deshalb ist das auch das zentrale Thema, womit es losgeht. Im Herzenskriegertraining. Männer, die ersten beiden Dinge sind die ersten beiden Aspekte auch. Also aufhören sich zu schämen als Mann. Und das Ausleben von Aggressionen. Das Erwecken überhaupt von Aggressionen. Die meisten haben keine Aggressionen. Auch beim Sex wird dann nur gekuschelt. Das ist doch kein Sex. Also natürlich ist Kuscheln auch mal schön. Aber das würde ich nicht unter die Rubrik Sex fassen. Da gehört ein gewissen Agro dazu. Eine Frau ansprechen, verführen. Sexuell verführen. Da braucht man eine Aggression dafür. Und da scheitert es bei vielen. Also das ist der Start beim Herzenskriegertraining. Um Männer eben von einem Scham für die Männlichkeit in eine stolze Männlichkeit zu führen. Und ihre Aggressionen in einer positiven Weise zu wecken. Und nochmal nicht Gewalt, nicht Dummheit und draufhauen und Zerstörung und Verletzung zu provozieren. Sondern in einer fairen Form Aggression zu leben. Dass da Verletzungen mal passieren, gehört dazu. Aber wie oft hast du dich als Kind verletzt? Jeden Tag ungefähr. Meine Kinder, meine Jungs haben die Beine jetzt im Sommer permanent voller Wunden und voller kleinen Narben. Das ist alles voll. Weil die draußen spielen. Weil die nicht nur TÜV-geprüfte Spielzeuge haben. Weil sie nicht in Schutzanzügen rumrennen oder indoor mit weiblicher Bewachung da sitzen. Weil die was erleben können. Weil die raufen. Weil sie sich gegenseitig irgendwas auf den Kopf hauen oder streiten um irgendeinen Blödsinn. Tun sich halt weh. Solange da keine schwere Verletzung passiert, gehört das dazu. Es ist männliche Sozialisation. Meine Jungs kloppen sich jeden Tag ungefähr fünfmal. Super. Ich versuche im Ball zu bringen, fair sich zu kloppen, dass keine wirklichen Verletzungen entstehen. Ansonsten gehört das zu einer männlichen Sozialisation dazu. Leider ist das einer der wenigen Jungs heutzutage, die das noch machen dürften. Punkt Nummer drei. Okay. Genießen heißt körperlich sein. Genau. Genießen kannst du nicht im Kopf. Dazu brauchst du einen Körper, wenn es darum geht, deine Männlichkeit zu genießen. Das bedeutet, dass du deine Sinne öffnest. Dass du ein Gefühl für deinen Körper bekommst, dass du deinen Körper wahrnimmst. Viele Männer sind nur im Kopf, sind nur in ihren Gedanken. Und wenn ich frage, wie geht es deinem Körper, dann merken sie es gar nicht. Wenn der Körper nicht laut Alarmglocken schreit, nämlich irgendwie Schmerz oder Hunger oder muss dringend aufs Klo, dann nehmen sie den Körper nicht wahr. Das heißt, wenn es um Genießen geht, heißt es, deinen Körper wahrnehmen. Das heißt, deinen Körper berühren, deinen Körper anfassen. In meinem Buch in dem Ekstase statt Porno, das Äquivalent, sag ich mal, im Klartext zu dem Internet-Pornobuch, da geht es viel darum, wie lernst du Selbstliebe machen und hörst auf mit diesem lieblosen Wichsen. Ja, das ist meistens bei den Männern der Fall. Ja, masturbieren bis zum Abwinken vor irgendwelchen Pornos. Und stattdessen geht es darum, deinen Körper zu fühlen. Fass deinen Körper an. Berühr deinen Körper, wenn du Selbstliebe machst. Massiere dich. Tu dir was Gutes. Bekomme ein Körpergefühl. Lass deinen Körper was Gutes tun. Also, gönn dir eine Massage. Such dir jemanden, der wirklich nicht nur technisch, medizinisch, sondern mit Gefühl auch deinen Körper massiert. Mit Gefühl heißt nicht weichgespült. Öl drüber und so ein bisschen Ei-Ei machen, wie das manchmal in diesen Wellness-Tempeln der Fall ist. So, wo man sich fragt, ist da ein Hautkontakt oder ist da keiner? Viele lieben das etwas heftiger, kräftiger durchgeknetet zu werden. Auch gut. Such dir eine Massage auch vor einem Mann. Aber lass dir Massagen geben. Dadurch erhöht sich dein Körperbewusstsein. Du kriegst ein besseres Körpergefühl. Pflege deinen Körper. Da vernachlässigen viele Männer sich. Guck dir an, was Frauen machen. Was die alles für Cremes haben. Die haben fast für jeden Körperteil eine eigene Creme. Klar, es ist übertrieben. Aber es zeigt natürlich, die cremen sich eben auch ein. Das ist das Entscheidende. Die berühren ihren Körper. Die gucken sich den Körper an und pflegen ihn. Also guck nicht nur, wie sieht mein Körper aus, sondern wie fühlt sich dein Körper? Achte auf deine Körpersignale. Genießen heißt körperlich sein. Heißt auch wirklich, beim Essen genießen. Wahrnehmen das Essen. Auf dein Körpergefühl hören, nicht einfach in dich reinstopfen. Dann hört man auch rechtzeitig auf bei 70, 80 Prozent. Und nicht, wenn alles voll ist und der Teller leer. Sondern genieße das Essen. Sei wirklich dabei, wenn du isst. Und sei nicht in Gedanken, im Smartphone oder in Gesprächen, sondern genieße das Essen. Die meisten Männer sind nicht körperlich genug. Und deshalb genießen sie die entscheidenden Dinge nicht. Die sitzen in einem edlen Restaurant. Es gibt tolle Sachen. Aber man ist nur im Kopf. Man redet nur. Und hinterher, wie war das Essen? Ja, weiß gar nicht. Selbst beim Sex. Also, du bist nicht da. Bei einer Massage. Ah, ich hab gut geschlafen. Hab vor mich hingeträumt. Aber du hast eigentlich nichts wirklich im Körper. Du warst nicht da. Dein Geist ist nicht zu Hause. Es ist niemand da. Es wohnt niemand in deinem Körper. Ein Großteil der Krankheiten hier in unserer Gesellschaft sind dadurch bedingt, dass niemand zu Hause ist. Der Geist ist nicht dort, wo der Körper ist. Also hol deinen Geist in den Körper rein. In die Gegenwart. Du bist ständig in der Zukunft, in der Vergangenheit oder an einem anderen Ort. Und fange also an, in die Gegenwart zu kommen. Wenn du isst, dann esse. Wenn du küsst, dann küsst. Wenn du Sex hast, dann hab Sex. Wenn du schläfst, dann schläfst du. Also wenn du dich massierst, dann massiere dich. Egal was gerade ist, sei mit deinem Geist dort, wo du bist. Sei bei der Aktivität. Also je körperlicher du bist, umso mehr Lebensgenuss hast du. Hey, hast du mal einen Garten umgegraben? Hast du mal ein Dach repariert? Hast du irgendwie an einem Bike rumgeschraubt? Egal was Handwerkliches getan. Die meisten meiner erleben eine Befriedigung damit. Also es ist völlig schief gegangen und klappt nicht. Okay, das ist ein anderes Problem. Aber wenn du etwas tust, handwerklich, körperlich, dann erlebst du ein Gefühl von Befriedigung. Du bist am Abend müde, aber einer guten Form müde. Nicht gestresst müde, sondern wirklich erschöpft und du schläfst gut. Wir brauchen sowas. Männer müssen körperlich sein, mit den Händen etwas tun, körperlich etwas tun. Die meisten leben in einer immer mehr abstrakten, gedanklichen, digitalisierten Welt und das macht krank. Und das verhindert Lebensgenuss. Die schlimmsten sind die IT-Experten. Die können teilweise gar nicht mehr genießen. Die nehmen gar nicht mehr wahr, wie es dem Körper geht. Die sind nur noch im Kopf. Also je mehr du digital unterwegs bist, umso mehr musst du als Ausgleich körperlich, mit deinen Händen, mit dem Körper etwas tun. Genießen heißt eben körperlich sein. Nummer vier, erleben statt konsumieren. Viele haben den Eindruck, Freizeit genießen heißt konsumieren. Das heißt nach der Arbeit, geh hin, mach den Fernseher an, guck mir im Internet Videos an, schütt irgendwas zu trinken in mich rein, stopf Essen rein. Es wird konsumiert. Und konsumieren macht dich unbewusst und heißt nicht genießen. Ja, also erleben. Erleben setzt etwas Aktives voraus. Genie, ja, das Konsumieren ist etwas Passives in dich reinziehen. Sei es eben Essen oder Trinken oder Drogen oder Alkohol oder auch einfach Filme oder Medienkonsum, Internetkonsum. Die meisten Männer konsumieren zu viel anstatt zu erleben. Erleben ist etwas Aktives. Wenn ich Fahrrad fahre, erlebe ich etwas. Wenn ich Sport mache, erlebe ich etwas. Ja, Sport, sich bewegen stattdessen ist ein Erleben, ein aktives Gestalten. Ja, nicht nur mit sich machen lassen, sondern aktiv werden, kreativ werden. Also es geht um sportliche Dinge, körperliche Dinge, aber es geht auch um kreative Dinge. Anstatt Kunstwerke anzugucken, male selbst. Anstatt Musik zu hören, nur mache Musik. Erleben setzt eben eine bewusste Tätigkeit voraus. Und ich behaupte, das macht, das befriedigt mehr. Und es ist ein höherer Genussfaktor. Denn viele verbinden, eben konsumieren mit Genuss. Und es geht um diese Verbindung zu unterbrechen. Es ist eine falsche Verbindung. Die Medien, die Massenmedien, die gesamte Konsumindustrie, die ja immer weiter fortschreitet durch Amazon, eBay und die ganzen großen Internetriesen, die permanent verfügbare Produkte haben, diesen Massenkonsum, den es zu meiner Jugend nicht gab, führt dazu, dass wir immer mehr assoziiert sind mit konsumieren heißt genießen. Und das stimmt einfach nicht. Es ist eine Lüge. Konsumieren heißt dumm werden, heißt unglücklich werden. Produkte machen dich nicht glücklich. Spielfilme machen dich nicht glücklich. Denk an die glücklichsten Momente deines Lebens. Und das ist nicht, als du etwas geschenkt bekommen hast oder dir gekauft hast oder einen Film geguckt hast oder sowas. Nein, das ist, als du etwas erlebt hast. Das macht glücklich. Als du irgendwie durch eine Landschaft gelaufen bist, wohin gereist bist, an einem wundervollen Ort warst, schwimmen, tauchen warst, eine Sportart gemacht hast, sportlichen Erfolg hattest, tollen Sex hattest, eine Frau erobert hast, dein Kind geboren wurde, du mit den Kindern etwas Tolles unternommen hast. Hey, solche Dinge machen glücklich. Konsumieren macht dich nicht glücklich. Natürlich kann man die Produkte benutzen. Du kaufst dir ein tolles Bike, du kaufst dir ein tolles Sportgerät und das ist jetzt die Eingangstore. Aber schau, nicht die Lieferung des Ganzen oder die Bestellung oder Lieferung oder das Auspacken. Das hat eine Faszination, ja. Ja, aber das Eigentliche ist dann das Fahren, das Benutzen des Sportgerätes. Das macht dich glücklich. Und das ist eben ein Erleben steht da im Vordergrund und eben nicht das Konsumieren. Nummer fünf wird immer wichtiger. Analog statt digital. Genießen heißt, du bist in einer analogen Welt. Leider leben die meisten Männer in einer immer mehr digitalisierten Welt. Das Smartphone wird nicht mehr abgeschaltet. Früher hat man die abgeschaltet nachts. Weißt du das noch? Die Handys, die hat man nachts ausgeschaltet. Das gibt es ja heute gar nicht mehr. Die laufen ja immer durch, werden an eine Steckdose gehängt. Und so ungefähr ist es mit unserem Geist. Permanent digital unterwegs. Mit digitalen, linkshirnischen Informationen gefüttert. Und dann wundern wir uns, dass unser Verstand unser Herr ist und wir selbst Sklave unseres Verstandes. Das hängt damit zusammen. Wir sind permanent noch digital tätig. Klassische Berufe, selbst Handwerkerberufe werden heute immer mehr digital. Auch von den ganzen anderen Berufen wie Ärzten, Zahnärzten, Rechtsanwälten, Architekten und so weiter. Das wird immer mehr digitalisiert. Wir sind immer mehr digital unterwegs in einer digitalen Welt und selbst in der Freizeit dann eben auch über Facebook und Co. über die ganzen Medien digital verbunden. Und wir sind halt immer mehr starren wie auf Bildschirme, anstatt in einer realen Erlebniswelt zu sein. Und ich behaupte, digitale Erlebnisse machen nicht glücklich. Geben einen Kick vielleicht. Ja, geben eine Neugier wird befriedigt. Aber glücklich machen nicht digitale Erlebnisse. Auch da, wenn du dran denkst, was ist das, was dich im Leben glücklich gemacht hat, was sind die schönsten Momente, dann komm nicht, dass du im Internet irgendeine Seite programmiert hast oder einen tollen Film geguckt hast oder digital etwas gemacht hast. Es sind analoge Erlebnisse, wo du Kontakt hast mit Menschen, wo du Kontakt hast mit deinem Körper, wo du in der realen Welt etwas gemacht hast. Wenn du deinen Lebensgenuss steigern willst, dann mach dein verdammtes Smartphone aus. Dann sei nicht erreichbar, dann sei offline. Das ist wirkliche Freiheit. Ich weiß noch, ich habe Anfang, das muss Anfang des Jahrtausends gewesen sein, so 2002 glaube ich, da gab es einen Knochen von Nokia, den konnte man aufklappen, da war so eine Tastatur drin. Und wenn man viel Geduld hatte, konntest du dann eine E-Mail empfangen. Also reduziert auf reinen Text und auch Schreiben und irgendwie ganz reduziert bestimmte Textinhalte von Internetseiten sehen. Ja, das waren noch irgendwelche Verbindungen, die gibt es so langsam, die gibt es auf dem Land schon nicht mehr so langsam waren die. Aber das war Freiheit, du warst jederzeit erreichbar. Große Freiheit, teures Teil, technisch natürlich noch wirklich ein Steinzeitknochen. Und ich habe mir den verwahrt, weil bestimmt kann man den mal ins Museum oder meinen Kindern einfach mal zeigen, dass sie sich darüber totlachen. Das war damals die Freiheit, heute ist es genau umgekehrt. Du bist permanent überreichbar, die Netze sind überall und die Freiheit ist eben nicht mehr überall erreichbar sein. Die digitale Welt hat uns versklavt. Leute beschweren sich, wenn du nach ein paar Stunden nicht antwortest. Im Urlaub muss man permanent online sein. Ansonsten, ja, auch von der Arbeit her musst du permanent gucken. Wir müssen permanent mit allem Scheiß der Welt verbunden sein, mit allem Kack, der passiert auf der ganzen Welt. Denn irgendwelche Vollpfosten von Journalisten, die sowieso im Auftrag der Großkonzerne und Regierung arbeiten, für wichtig erachten. Die ganze multimediale Gehirnwäsche, damit werden wir jeden Tag von morgens bis abends verschmutzen wir uns. Hör auf mit dem Scheiß. Fang an in der normalen analogen Welt. Da laufen nicht nur die Nerds rum und die kranken Leute, die die Medien bestimmen. Das laufen, wenn du auf der Straße bist, da laufen ganz normale Menschen rum, die dich freundlich grüßen, die dir helfen, wenn was hingefallen ist. Die irgendwie ganz normal zwischen menschlich und freundlich sind. Die meisten Menschen sind nämlich gut und freundlich und hilfsbereit. Ausnahmen gibt es immer. Aber die kranken Ausnahmen findest du in den Medien. Politiker, angefangen als allererste, sind alle krank und alle pervers und kriminell meiner Ansicht nach. Also fast durchgängig. Haben alle Dreck am Stecken. Und von dieser Welt werden wir permanent verlassen, wir uns verseuchen. Analog sein heißt mit normalen Menschen, deinen Nachbarn, den Leuten, die du so triffst. Das heißt, die meisten sind normale, freundliche Menschen. Und mit denen kann man irgendwie auskommen. Dann können wir auch streiten, ja. Aber die sind irgendwie normale Menschen, die nicht krank sind, wie in den Medien von den meisten kranken berichtet wird. Also hör auf, dich in der digitalen Welt zu bewegen. Fang an analog zu leben. Und zwar möglichst viel in deiner Freizeit wenigstens. Mach die Kisten aus. Sprich dein Smartphone, dein Laptop, dein iPad und was du alles hast. Und ganz schlimm ja, die total vernetzten Geräte da von Amazon, wo du gleich an alle Geheimdienste und alle Datenkraken der Welt deine Privatsphäre sendest. Mach die Scheißteile verdammt nochmal aus. Steck das WLAN ab. Und lebt man in einer normalen Welt. Manchen ist mal ein Stromausfall zu wünschen. Also es gibt ein Chaos. Eigentlich kann man es nie wünschen, aber psychologisch wäre das mal geschickt. Mal eine Woche ohne Strom. Da würden viele anfangen, da würden Leute wieder Sex haben zum Beispiel. Da würde man anfangen wieder Feuer zu machen. Und so ganz einfache, schöne Dinge. Ich mache sowas mit meinen Kindern regelmäßig. Ganz pragmatische, einfache Dinge ohne die digitale Welt. Auch Kinder brauchen keine digitale Welt. Die sollen erstmal in der analogen Welt klarkommen. Also je mehr du analog lebst, umso intensiver wird dein Lebensgefühl. Das Gefühl können genießen. Je mehr du in einer digitalen Welt lebst, umso mehr verschenkst du sinnlos deine Lebenszeit. Nummer 6. Genießen heißt atmen. Wie atmest du gerade? Wahrscheinlich, wie die meisten, etwas flach, etwas mehr in den Brustbereich hinein. Das reicht zum Überleben. Das reicht, um eine Gedankenwelt zu fördern. Flaches Atmen fördert Denken. Tiefes Atmen nicht. Wenn du dich erinnerst bei den Dingen, die dich glücklich machen, dann kommst du drauf, du atmest nicht flach. Du atmest nicht flach beim Sport, sondern tief und voll. Du atmest tief und voll, wenn du lachst und in einem Gespräch vertieft bist. Du atmest tief und voll, wenn du Sex hast. Hoffe ich zumindest. Du atmest tief und voll, wenn du glücklich bist. Dein Herz sich öffnet. Stell dir vor, erster Urlaubstag, du öffnest das Fenster, die Sonne scheint. Du schaust, je nachdem, wo du drauf stehst, in der Naturlandschaft, die Berge, das Meer. Was machst du? Du atmest einmal tief durch. Du bist am Urlaubsort angekommen, steigst nach der langen Fahrt aus dem Auto aus. Und was machst du? Du springst ins Wasser, tief atmen, durchschwimmen. Lebensgenuss heißt atmen. Ist scheinbar ganz simpel. Aber ein Großteil aller meiner Seminare, die ich gebe, sei es die Männerseminare, sei es die Gemischten, die Tantra, die Trainings zum Beziehungstraining, in all den Trainings geht es darum, dass Menschen wieder anfangen, voll und tief zu atmen. Dieses permanent in Sorgen sein, permanent in der digitalen Welt sein, permanent angespannt, bedeutet, dass sie flach atmen. Und flaches Atmen, da hast du nur flache Gefühle. Das bedeutet, je intensiver du atmest, umso intensiver fühlst du. Das Gegenteil trifft auch zu. Und leider für die meisten. Flaches Atmen, nur im Kopf sein, nur in Verarbeitung digitaler Informationen fördert dieses flache Atmen. Und dieses flache Atmen macht eben ein flaches Lebensgefühl. Die Amplituden deines Lebens bleiben um das Mittelmaß. Die Farben sind alle ein bisschen Grautöne. Verschiedene Grautöne. Wenn du dein Leben farbiger machen willst, wenn du intensiver fühlen willst, mehr Lust, mehr Freude, aber auch mehr Schmerz, mehr Trauer, mehr Geilheit, aber auch mehr Scham, mehr Lebensfreude, aber auch mehr Angst. Wenn du alles intensiver fühlen willst, dann geht kein Weg dran vorbei, dass du anfängst, voll und tief zu atmen. Deshalb ist das ein zentrales Element all der Trainings, Menschen zu helfen, tief und voll zu atmen. Ja, jetzt kannst du sagen, Mensch Björn, das stimmt, jetzt fange ich an, ab jetzt atme ich voll und tief. Hm, tja, wenn es so einfach wäre, dann würde keiner mehr zu uns kommen. Da braucht niemand uns. Der Atem ist ein Ausdruck deines Lebensgefühls. Und du kannst zwar, weil es quer und längs gestreifte Muskeln ist, Einfluss darauf nehmen. Also die eine Sorte Muskeln sind die, die du kontrollieren kannst. Du kannst deine Hände bewegen, du kannst alle aktiven Muskeln im Körper bewegen. Die anderen sind die Unbewussten. Also du kannst deine Lebertätigkeit nicht beeinflussen oder Herzfrequenz nicht aktiv verändern, sondern nur indirekt. Und bei der Lunge ist es eben, haben wir quer und längs gestreifte Muskulatur. Das bedeutet, du kannst nicht ersticken, weil du vergisst zu atmen. Das ist sehr praktisch. Der Atem läuft eben unbewusst. Aber du kannst aktiv deinen Atem verändern mit deinem Bewusstsein. Deshalb sind alle spirituellen Lehren, Yoga und auch im Tantra geht es sehr, sehr viel um Atemlenkung, Atemvertiefung. Weil du damit dein Lebensgefühl veränderst und dein Energieniveau veränderst. Die Tiefe deines Atems spricht Bände über dich. Wenn ich jemanden sehe als Atemtherapeut, der einige Ausbildungen da hat und viel Erfahrung, dann sehe ich, lebt er intensiv oder nicht? Ist jemand emotional oder verkopft? Hat jemand intensiven Sex oder ist er sexuell blockiert? Das sehe ich am Atemmuster. Und indem man dieses Atemmuster verändert, verändert sich dein Lebensgefühl. Aber das geht nicht mit einer Entscheidung, sondern das ist in der Regel dauert Jahre. Jahre des intensiven Trainings, um dann dauerhaft sein Atemmuster zu verändern, dann bist du ein anderer Mensch. Du hast ein ganz anderes Lebensgefühl. Das hängt an diesem Atem. Das bedeutet, genießen hängt damit zusammen, dass ich tief atme. Und wenn du das einmal weißt, kannst du dich darauf konzentrieren. Wenn du am Smartphone zum Beispiel, um zum letzten Thema zurückzukommen, kannst du nicht tief atmen. Das macht auch niemand. Je mehr du digital unterwegs bist, umso flacher atmest du. Je mehr du analog unterwegs bist, umso tiefer atmest du. Wenn du handwerkliche Tätigkeiten machst, wenn du Körperkontakt machst, wenn du physische Dinge machst, dann atmest du tiefer, dann hast du mehr Körperbewusstsein. Also, je tiefer du atmest, je voller du atmest, je bewusster du atmest, umso intensiver lebst du. In jedem Moment hast du die Entscheidung. Nummer 7. Leben statt arbeiten. Wenn ich mir die Kommentare der Männer, die schon gewisses Alter haben, 50 oder 60, und da sind einige Tausend, die zu mir gekommen sind und mir Revue passieren lasse, mit der Frage, was würdest du im Nachhinein verändern in deinem Leben, dann kommt komischerweise fast niemand, also mir fällt so auf Anhieb niemand ein, ein paar wird es gegeben haben, aber mir fällt gerade keiner ein, der gesagt hätte, ich habe zu wenig gearbeitet, ich hätte mehr arbeiten sollen. Die meisten sagen, ich habe zu wenig gelebt. Ich habe zu wenig Zeit verbracht mit den schönen Dingen, wenig Zeit mit Familie, meiner Frau, meinen Kindern, habe zu wenig Zeit mit den Kindern gespielt, habe zu wenig wirklich gelebt. Die meisten haben zu viel gearbeitet. Und zwar am Arbeitsplatz, aber auch innerlich beschäftigt mit der Arbeit. Ich weiß, mein Vater, der war sowieso, morgens um 7 war er weg, abends um 7 wieder da, der war zwölf Stunden weg am Tag, und am Samstag, am Freitagabend, wenn er wiedergekommen ist von der Arbeit, dann hat er immer den Kofferraum voller Aktenordnern gehabt. Und wenn ich an meinen Vater denke im Urlaub, dann sehe ich ihn immer mit Aktenordnern. Da hat er seine Fortbildung, hat er all die Sachen im Urlaub oder am Wochenende gemacht, zu denen er sonst nicht gekommen ist. Mein Vater war Arbeit, das war sein Lebenswerk. Alles andere hatte ein paar Stufen darunter. Und ich glaube, so geht es vielen. Aktenordner sind natürlich out. Man hat das heute alles digital, was noch viel schlimmer ist, weil du hast es einfach in der Hand sozusagen und alles verfügbar. Du hast drei Aktenordner und wenn die durchgearbeitet werden, das war gut. Du hast zehn Zeitungen gehabt und wenn die durchgearbeitet waren, dann konnte man sie wegwerfen. Die Internetzeitung ist nie ausgelesen. Also es ist noch viel schlimmer. Permanent mit Arbeit beschäftigt. Permanent mit Projekten, mit Karriere. Nicht, dass Arbeit nicht wichtig wäre. Wenn du ein Lebenswerk hast, wenn du eine Berufung hast, dann solltest du der folgen und das ist auch sehr wichtig, das zu tun. Ein anderes Thema, nicht dieses Podcasts. Und es braucht andere Zeiten, wo du diese Berufung sein lässt, wo du Auszeiten hast, wo du ganz klar die nach hinten stellst, wo du frei bist davon. Und das muss eine Balance sein. Das permanente Arbeiten oder Beschäftigtsein macht krank und es ist vergeudete Lebenszeit. wenn das eben letztendlich dich hindert am Leben. Deiner Berufung folgst. Ja, das kann auch mal Phasen geben, wo man sehr viel arbeitet. Das kenne ich als Selbstständiger sehr gut, wo du Tag und Nacht arbeitest. In Seminaren bin ich auch permanent mit den Seminaren beschäftigt. Und das tue ich dann auch ein paar Tage lang, rund um die Uhr sozusagen. Weil die sind sehr, sehr intensiv. Da geht es morgens halb acht los und mit dem Team sitzen oft bis eins, halb zwei noch da. Also da gibt es nicht viel anderes. Und in den Pausen ist man auch entweder in Kurzschlaf oder in Meditation. Und sonst macht man Teamsitzungen. Da bin ich rund um die Uhr. Aber dann bin ich auch ein paar Tage wieder raus. Man braucht eben diesen Ausgleich. Leben heißt nicht arbeiten. Also was gibt es sonst außer Arbeiten? Lebensgenuss heißt auch außerhalb. Die Arbeit aus dem Kopf bekommen. Dich mit anderen Inhalten beschäftigen als der Arbeit. Und vor allem mit dir selbst. Vor allem auch mit zwischenmenschlichen Kontakten. Das ist der Übergang. Thema acht. Tipp Nummer acht. Freundschaften pflegen. Zwischenmenschliche Kontakte machen Lebensgenuss aus. Durch die sozialen Netzwerke, die ja uns mit der ganzen Welt verbinden. Und viele haben da hunderte von Freunden in Facebook und Instagram und sonst wo. Aber das sind keine realen Freunde. Oder zum großen Teil nicht. Die machen nicht glücklich. Stattdessen machen uns die sozialen Netzwerke immer einsamer. Und da gibt es auch Studien zu. Warum? Weil die Kontakte einfach nur noch immer mehr digital stattfinden, statt real. Und Freundschaft pflegen passiert eben nicht über das Digitale. Das kann helfen. Mit meinen Freunden in Brasilien habe ich natürlich überwiegend über Skype-Kontakt oder über Telefon oder schriftlich. Und trotzdem, da war mal oder wenn ich da bin, dann haben wir realen Kontakt. Die realen Kontakte sollten überwiegen. Freundschaften zu pflegen, das ist etwas, was viele Männer vernachlässigen. Vor allem, wenn sie gerade frisch verliebt sind, sind die Freunde immer hinten dran. Und etwas, was die Männer bei mir lernen, ist Männerkontakte hochzuhalten. Männerfreundschaften zu pflegen. Die geben dir ein positives Lebensgefühl. Die geben dir Sinn im Leben. Die erhöhen deinen Lebensgenuss. Viele Männer sind zu viel in einer weiblichen Welt, haben zu viel Einfluss unter, ordnen sich ihrer Frau unter, so wie sie es früher gelernt haben, sich Mama unterzuordnen, tun sie es in der Beziehung auch, sind im weiblichen Umfeld. Einfach mal nur im männlichen Umfeld zu sein, mit Freunden eine coole Sache zu machen, auf dem Berg zu klettern, angeln zu gehen, in der Natur zu sein, irgendein Spiel zu machen miteinander, zusammen flirten gehen und Frauen anbaggern. Egal, was du machst, aber sei mit einem Freund zusammen, sei mit Freunden. Pflege die Freundschaften. Sprich mit ihnen über wichtige Themen. Unternimm etwas mit einem Freund. Mach spannende Geschichten mit deinen Freunden und pflege sie. Sei verbindlich mit deinen Freundschaften. Man muss nicht hunderte Freunde haben. Das ist sowieso Quatsch. Aber mehr als einer ist schon gut. Sag mal drei Freunde. Wenn man die hat und die pflegt, dann ist das viel. Dann ist das super. Also natürlich kannst du auch mehr haben, aber du brauchst einige Männer, mit denen du wirklich einen intensiven Kontakt hast, dass man sie als Freunde und nicht als Bekannte bezeichnet. Und Lebensgenuss, Lebensqualität hängt als Mann davon ab, wie viele Freunde hast du. Wenn ich mir das anhöre von Männern, die dann sagen, außer meiner Frau habe ich keine Freunde oder meine Freunde haben alle weibliche Vornamen, dann weiß ich, dieser Mann lebt nicht als Mann. Er lebt als Transgender sozusagen, als Pseudomann in einer Frauenwelt. Also fang an in die Männerwelt zu kommen, suche dir echte männliche Freunde und lebe mit denen. Also teile dein Leben und verbringe Zeit in verbindlichen Formen, sodass es eine Freundschaft und kein Bekannter ist. Nummer 9. Beginne jeden Tag mit einer Morgenroutine. Die meisten Männer wachen auf und sind sofort in Gedanken und das übliche Chaos begehen. Man guckt dann in die Zeitung oder besser ins Internet und versaut sich mit dem ganzen Scheiß der Welt. Und das ganze Gedankenchaos geht los. Und du bist schon auf einem niedrigen Energieniveau. Ich empfehle dir eine Morgenroutine. Ich werde einen eigenen Podcast auch dazu machen. Eine Morgenroutine heißt, dass du körperlich und mental etwas Positives machst. Ich sag mal eine halbe Stunde morgens. Dann, egal was kommt, ist dieser Tag ein guter Tag. Eine halbe Stunde Sport machen, Fitness machen, Yoga machen, körperlich aktiv sein, dich bewegen. Du musst jetzt kein Hardcore machen. Du kannst laufen gehen, ja. Du kannst aber Stretch und Körperübungen, Yogaübungen machen, Burpees oder keine Ahnung. Also es gibt eine Menge Zeugs, auch gerade mit diesen THX Bändern, die man an den Türrahmen in die Tür einklemmt. Oder diese Seile dehnbare, wie heißen sie noch, diese Gummiseile. Da gibt es eine Menge Zeugs. Finde deine Routine, die dir Spaß macht. Und dann auch in die Stille kommen und deine Gedanken ziehen lassen, Meditation, Ruhe im Kopf. Wenn du so den Tag beginnst, bist du einerseits auf einem hohen Energieniveau. Du hast körperlich schon was gemacht und dein Kopf wird frei. Du bist innerlich ruhig, zentriert und gehst nicht gleich in Gedanken, die nicht deine sind. Mach Ruhe im Kopf. Genieße aus dem Schlaf zu kommen, wo man eben nicht im Intellekt, im Verstand gefangen ist, sondern genieße diesen Zustand, in dem du da Meditationspraxis einbaust. Ein paar Minuten wenigstens. Hör dir die Podcasts zu dem Thema an. Dann habe ich zwei gemacht, werden auch andere folgen, weil ich das für essentiell wichtig halte. Lebensqualität, Genuss bedeutet den Tag in einer Weise, Art und Weise, in einer männlichen Art und Weise zu beginnen, indem du zwei wesentliche männliche Kraftquellen aktivierst, nämlich körperliche Aktivität und mental zur Ruhe kommen, Meditation. Deine Energiequellen aufsuchen und dann ist der Tag gerettet für dich. Dann ist der Tag ein guter Tag für dich. Nummer zehn. Nochmal ganz explizit. Konstruktive Gedanken statt Sorgen. Meditationspraxis ist deshalb so wichtig, nicht damit du erleuchtet wirst, sondern damit du lernst, aus negativen Gedanken herauszukommen. Viele Männer haben zu viele negative Gedanken, unproduktive. Ein spiritueller Lehrer, Depak Chopra, sagt, wir haben 60.000 Gedanken am Tag. Keine Ahnung, kann schon sein. Das Problem ist, 99 Prozent der Gedanken sind dieselben wie des Vortags und 99 Prozent von wieder die des Vortags. Das heißt, wir kauen immer denselben Sermonen, den unproduktiven, den kleinkarierten und vor allem oft negativen, selbstzerstörerischen Sermonen. Gedanken an hypothetische Zukunft, die nicht sinnvoll ist. Analyse der Vergangenheit, die auch nicht sinnvoll ist. Immer wiederkehrende Dinge machen uns krank. Natürlich gibt es sinnvolle Analyse seines Verhaltens, aber das lässt sich in ein paar Minuten erledigen. Und dann hat man ein Resümee aus einer Situation gezogen und dann ist gut. Das immer und wieder zu tun, ist nicht gut. Natürlich muss man seine Zukunft planen, aber es bringt nichts, über hypothetische Dinge nachzudenken in einer unproduktiven Form. Und darum geht es. Destruktive Gedanken nachzuhängen. Zu lernen, Stille im Kopf zu haben. Zu lernen, präsent zu sein. All die Dinge, die ich vorher genannt habe, nämlich tiefer Atem, genießen, intensivere Gefühle zu erleben und und und, setzt voraus, dass man auch innerlich bei sich ist, dass du mit deinem Geist bei dir bist, in deinem Körper bist und nicht außerhalb von dir. Und Lebensqualität hängt essenziell damit zusammen. Kannst du deine Gedanken kontrollieren oder bist du Sklave deiner Gedanken? Und das sind leider die meisten Menschen. Deshalb fangen spirituelle Schulen, gerade Buddhismus zum Beispiel, dem ich sehr nahe stehe, da geht es darum, erst einmal aus dem Gedankenchaos lernen auszusteigen, eine innere Ruhe zu finden, sein inneres Zentrum zu finden. Mache dies immer wieder. Du kannst beim Sport nicht den Gedanken nachhängen, du kannst deine Schritte beim Laufen zählen, du kannst kleine Meditationsübungen machen, die ich in anderen Podcasts empfehle. Das erhöht deinen Lebensgenuss, wenn du einfach etwas machst, mal ohne Gedanken, einfach bei dir sein, eine innere Ruhe zu finden. Das ist die Voraussetzung für genussvollere Aktivitäten dann. Das sind die 10 Tipps für mehr Lebensgenuss. Das wünsche ich dir von Herzen als Mann. In meinen Büchern findest du noch weitere Ausführungen dazu. Und natürlich in den Seminaren trainieren wir genau diese Punkte in der Praxis. Ich wünsche dir in diesem Sinne eine genussvolle Woche, eine genussvolle Sommerzeit. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.